ja und damit ein herzlich willkommen zu no man sky lieber freunde schön dass eingeschaltet habt zu viel muss ich zu dem spiel eigentlich nicht sagen die meiste kennen das bestimmt wir werden sehr sehr viel reisen das weiß ich bei dem spiel gibt es 18 trillionen planeten nicht falsch gehört 18 trillionen planeten jeder diese sterne sind planeten und das sieht mega geil aus ich freue mich sehr und schön dass sie wieder eingeschaltet habt wo wir sind in planet wukratin die 25 grad celsius ich habe das spiel noch nicht getestet ich spiele das jetzt zum ersten mal ich muss noch ein bisschen steuern gewöhnt nicht jetzt hier meckern raumschiff von uns glaube ich planet wukratin wurde enttäckt wir schauen mal hier ein bisschen um ok was ist hier los integrieren die technologie ist kritisch beschädigt unser raumschiff ist beschädigt drücken wir mal hier was ist hier jetzt raumschiff raumschiff raser mama f36 raumschiff so ist das was haben wir den start schub düse wir brauchen zum starten und landen der nutzer wird daran erinnert dass zum aufladen der schub dieser plutonium erforderlich ist für die startprozentoren sind vor der aktivierung ausreichender treibstofflevel nötig zum abheben vom planet in r2 gedrückt halten kreisgott gehalten um den geschwindheitsschub während der flug zu aktivieren ok ups was war hier noch impuls antrieb raumflug antrieb busse und bei bedarf impuls sprünge durch lokale system ok aktivieren l1 r2 r1 l1 ok karit platte ein leichtes metallprodukt das häufig bei der herstellung von schiffsteilen schiffsteilen verwendet wird ok wir brauchen die zwei glaube ich so wie steige ich wieder aus ok wieder herstellung zu uns gespeichert oh wir haben hier waffe planeten verlassen start schub düse reparieren reparieren start schub düsen auftanken was haben wir denn hier kohlenstoff ok mach mal hier ein bisschen kaputt überhitzung oh hier sind englische gegner kohlenstoff was stand da oh was haben wir hier gefahrenschutz exo anzug umweltschild ok kohlenstoff haben wir ein bisschen gesammelt jetzt was ist das 92 von 50 energie 97 lebenserhaltung und jetpack ok was ist das denn scanner kritisch beschädigt drücke um niemand zu öffnen ok kohlenstoff ok jetzt können wir ich kann schon reparieren ah ok l2 gedrückt halten zum zoomen ok hier haben wir scanner jetzt haben wir hier neue scanner sehr schön dafür plutonium und für den brauchen wir titan und plutonium ok was ist das denn für ein gegner kann man den irgendwie scannen oh nicht abbauen komm mal her ich tue dir nichts ok dann verstören wir mal hier ein bisschen noch das sieht mega geil aus o nicht schlecht das sieht schon geil aus muss ich sagen oh hier haben wir eisen was ist das eisen ok überhetzt so fast zerstört warum nicht dauert ja noch etwas das teleporte beliebige anzug zum raumschiff drücke direkt in dein inventar aha so das ding will ich zerstören und jawohl sehr schön eisen 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 ok an analyse visier zur bedienung l2 geliebt halten zum zoom r3 analyse läuft 200 units wurden auf den content gezahlt neu entdeckten tomifolarium was haben wir hier toxodorum prinze da steht typ temperatur das ist schon geil kohlenstoff ok eisen können wir nehmen was oh mein gott wir werden angerufen oh shit oh shit ich hab kein muni mehr bis dann oh mein hoffen sterbe ich nicht die realität scheint sich zusammenzufalten in einen augenblick sehe ich trümmer in anderen eine riesige rote kugel fast zu groß und zu hell um sie anzusehen sie kennt ach du scheiße ich bin tot nein fängt ja schon mal sehr gut dann ok die sachen habe ich noch so noch mal die realität scheint sich zusammenzufalten in einen augenblick sehe ich trümmer in anderen eine riesige rote kugel fast zu groß und zu hell um sie anzusehen sie kennt mich in und auswendig viel besser als ich mich jemals selbst kennen könnte könnte das etwa das gesicht der schöpfung sein oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert ein name brennt sich in meinem verstand ein atlas und eine bitte wertlos geäußert ich soll den weg folgen denn diese wesen dass der atlas für mich bereit bereitet hat die führung des atlas annehmen die führung ablehnen machen wir annehmen keine ahnung was passiert was passiert hier was ist das dein grab stelle dann vorher jemand da wieder her ach so wir brauchen der sachen wie bekomme ich jetzt money hier sind die tiere die wir entdeckt haben sprung money wie soll ich das jetzt mal objekt übertragen so das ist das in meinen schiff for those okay was haben wir denn hier Raumschiff, Stadt, oh was haben wir hier? Moment mal Plutonium Aha, okay, wir reisen mal weiter, was, minus 55 Grad, Zink, was haben wir da hinten? Ah, ich kann ja auch schlagen, okay. Waffenladung aufgebraucht. Okay, okay. Ah, nehmen wir Zink mit. Was haben wir denn da? Ein neuer Monstertyp. Was? Integrieren? Komm mal her. Oh, was haben wir hier? Ah, Plutonium. Sehr schön. Na los. Das zerschören wir auch. Also, wir müssen sehr viel formen, wie ich sehe. So, was kann ich hier machen? Blitzwerfer. Oh, nice. Ja, so kann ich Licht anmachen, wusste ich ja gar nicht. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen gewöhnen. Aber in der nächsten Folge wird es ein bisschen besser. Ach komm, das brauchen wir nicht. Oh, was ist das? Was ist das hier? Titan. Okay, wo finden wir Titan jetzt? Was ist das hier? Was ist das? Da, was ist das? Oh. Eridium. Eridium. Wie viele Muni habe ich überhaupt? 350 Stück? Jeden Schlag bekommen wir ein paar. Oder auch nicht. Oh shit. Was haben wir da? Fragezeichen. Hier haben wir ein. Hier haben wir ein. Was ist das? Was ist das? Ankunft. Was ist das? Ankunft. Was ist das? Ah, Platin. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir mitnehmen können. Oh, ist ja was voll. Objekt übertragen. So, jetzt haben wir auch Platz. Wir sind doch fast da bei der Fragezeichen. Was ist das? Was ist das? Jetzt bleibt mal stehen. Was war das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gektratz. Wüste. Unentdeckt. Ah, Plutonium. Ja, was haben wir denn hier? Trümmer. Atlas Pass V1 erforderlich. Ach. Was ist das denn? Beschädigte Maschinerie. Integrieren. Neue Technologie. Decke. Oh mein Gott. Wirbelwürfel. Kohlenstoff. Okay. Was war das? fast eine perle hat möchte ich mal sehen was ist das eine goldene metallkohol die die rechenleistung von elektronischer lebensform vorübergehend erhöht energiekünste jetzt haben wir hier löschen was jetzt nice ich habe ihn gespeichert wo finde ich dieser atlas pass oh was ist das okay wir gehen mal weiter hier hinten hatte ich noch ein ausrufe zeichen gesehen da da gehen wir mal hin okay die greifen nicht an schnell weg hier hier ist eine höhle was haben wir denn hier ist ja krass ich gehe mal hier rein so so ok plutonium einfach drauf geht schneller was ist das denn wo sollen wir gehen schlub wir gehen mal hier nach oben ok eisen kohlenstoff aluminium ok das finde ich zum ersten mal glaube ich so eins vom vier ja so 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 das sieht ja geil wir haben jetzt sehr viel eisen so 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 eisen 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 überall eisen so so plutonium so 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 ich glaube wir kommen hier nicht weiter oder so 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 nachladen so aluminium mischung das zwischen mir auch natürlich und dann sehen wir uns mal weiter um so dat ding schlag ich kaputt jetzt und tschüss so wir sind von der höhle raus und ich würde mal sagen wir machen mit dieser folge hier schluss und in der nächsten folge gehen wir dahin und dann sehen wir was wir da finden werden da kommt was so auf jeden fall sehen uns in der nächsten folge schön dass ihr da wart und wir sehen uns in der nächsten folge wieder so 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 Untertitelung des ZDF, 2020